Liebe Ceramex-Freunde, in Zeiten wie diesen nimmt das Wort Dankeschön einen neuen Stellenwert ein. Unser Dankeschön gilt Ihnen. Was wäre ein Unternehmen ohne Ihre loyalen und treuen Kunden? Ihr Vertrauen in uns treibt uns an, um für Sie die einzigartigen Produkte zu entwickeln und zu erschaffen. Wir bei Ceramex schauen auch in schwierigen Zeiten positiv in die Zukunft. Dank Ihnen. Wir spüren ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung, welches zu einer erhöhten Nachfrage nach unseren Produkten führt. Wir haben nicht geruht und werden weiterhin nicht ruhen. Das kann ich Ihnen versprechen. Unsere neuen Produkte wie das Ceramex Small Base 3,5 mm Implantat sind aufgrund Ihrer Kundenbedürfnisse entwickelt worden. Und wir freuen uns über die sehr vielen positiven Rückmeldungen auf unsere neuen Produkte. Aufgrund der gegebenen Situation und Massnahmen finden wir neue kreative Wege, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und den bestmöglichen Service zu bieten. Zögern Sie nicht, unsere Fachspezialisten zu kontaktieren, die Sie gerne telefonisch oder per Videocall beraten, um Ihnen die wichtigsten Informationen über das X-Tay Keramik Implantat zu geben. Können Sie unter dem Link unten in der Videobeschreibung das Manual kostenlos anfordern und wir schicken es Ihnen so schnell wie möglich zu. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Treue und vor allem für Ihr Vertrauen. Und das Wichtigste zum Schluss, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie vor allem gesund. Ihr Ceramex Team